Ich würde sagen, Baku ist CEO ein guter YouTuber. Ich würde schon mal prädikten und sagen, dass CEO ein guter YouTuber ist, weil er das aus Leidenschaft Spaß macht und halt wirklich sehr kreativ ist. Aber mir ist das einfach ein bisschen zu kindlich. Also der Humor sagt mir nicht wirklich zu, aber er ist an sich ein sehr sympathischer Typ. Bevor das eigentliche Video losgeht, möchte ich kurz auf eine konstruktive Kritik meiner Community eingehen. Wer diesen Part skippen möchte, springt am besten auf diesen Punkt. Unter dem letzten Video hat Juri angemerkt, dass ich das Bild etwas erhellen solle und dass die Audioqualität, sagen wir, ja nicht so toll klang. Der Kommentar wurde auch von einigen Leuten dementsprechend... Alter, ey, was ist denn das für eine Kamera? Oder was hast du für ein Objektiv drauf? Das sieht so weltklasse aus. Ey, wie du hier im Vordergrund stehst und hinten ist wirklich alles gleichmäßig unscharf. Oder so richtig angenehm unscharf. Das ist so sexy, wirklich. Diese Kamera ist so qualitativ, sexy, wild. Wirklich. Dementsprechend hochgevotet, wodurch ich wie bereits angekündigt einige Änderungen vorgenommen habe. Zum Beispiel, dass ich jetzt ein hochwertiges Richtmikrofon benutze, was hier oben ist und die Helligkeit inklusive Lichtfarbe etwas verändert habe. Da ich sehr viel Wert auf eure Meinung lege, würde ich euch kurz bitten, mir in den Kommentaren ein Feedback dazu zu schreiben, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt perfekt ist, aber einen Schritt nach vorne und vielen Dank nochmal für die konstruktive Kritik. Wie ihr den Titel bereits entnehmen könnt, geht es heute darum herauszufinden, ob Theo ein aus meiner Sicht guter oder schlechter YouTuber ist. Ich muss vorab sagen, dass ich Theo vor diesem Skript zwar kannte, sein Content allerdings nie wirklich verfolgt habe. Ich denke allerdings, dass ich dadurch eine gewisse kritische Distanz zu seinem Content habe, um relativ neutral meine Meinung wiederzugeben. Zu Beginn meiner Recherche habe ich mal zur Abwechslung meine Erwartungen an seinen Kanal niedergeschrieben. In dieser stand zum Beispiel, dass ich eher unlustige Sketche und eher stark kindische Inhalte erwarte mit eher mäßiger Qualität. Ob sich meine Erwartungen bewahrheiten oder ändern, werden wir dann zusammen am Ende des Videos sehen. Zum Ablauf des Videos werde ich die Themen etwas gliedern, damit... Also ich muss sagen, wenn ich ehrlich sein darf und ich mag Theo und das ist ein sehr sympathischer Typ, keine Frage. Aber ich finde, seine Witze sind mir zu kindig und ist gar nicht mein Humor. Aber ich mag den, der ist sehr, sehr sympathisch. Nichtsdestotrotz, Julian, ich grüß dich. Wenn man eine gewisse Übersicht behält und man zusätzlich die neue YouTube-Funktion... Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr Theo findet oder was ihr an ihm findet. Aufgeteilt habe ich dieses Video in folgende Punkte. Erster Eindruck des Kanals, taugt seinen Schnitt und die Audioqualität, meine Sicht auf seine Formate und dann schlussendlich natürlich mein Fazit. Einleitend für meine Analyse möchte ich jedoch euch kurz den Kanal in Naba vorstellen. Theo ist ein Comedy-Youtuber, der seit sieben Jahren aktiv Videos uploadet. Er hat auf seinem Kanal mehrere Formate, wie zum Beispiel Theo und das Internet, How to Be, diverse Parodien und Talks. Er hat vor kurzem erst die 400.000 Abonnenten geknackt und seine Videos erreichen im Schnitt nahezu immer mehr als 100.000 Aufrufe, wobei einige seiner Videos gut und gerne auch mal mehr als 500.000 Aufrufe erzielen. Der erste Punkt, der mich wirklich beeindruckt hat, waren die saustarken Bewertungen unter seinen Videos. Für mich und viele von euch ist das zumindest schon mal ein erster krasser Anhaltspunkt, was die Qualität der Inhalte angeht. Wenn ich jedoch seine Thumbnails durchgehe, fällt mir auf, dass einige dieser Bilder etwas überladen sind. Hauptsächlich betrifft das die Formate Theo und das Internet, da er aller Wahrscheinlichkeit nach das Bestreben hat, möglichst die Inhalte... Aber, also, das ist auf jeden Fall krass. Ich wusste jetzt nicht, dass viele Videos bei ihm auch kratzviele Aufrufe machen. Ich persönlich... Das muss ich jetzt mal... Warte mal ganz kurz. Theo, warte, wir gucken mal ganz kurz. Ja, ja, ich hab das so in Erinnerung, dass er immer halt so 100.000 Aufrufe macht oder ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Ja, hier. Na gut, das ist aber auch schon länger her, dass er so krass viele Aufrufe macht. Er hat wahrscheinlich jetzt bei den beliebtesten Videos vielleicht geschaut, aber jetzt so in letzter Zeit, würde ich sagen, hat er nicht so extrem krasse Aufrufzahlen erreicht. Der Inhalter des Videos kommt prämiert auf ein Bild zu quetschen. Ja, Barco, noch bin ich ein bisschen, ja. Andere wiederum, wie bei den How2Be-Folgen sind clean und man sieht auf den ersten Blick, um wen es in diesem Video geht. Generell kann man jedoch festhalten, dass er seine Kreativität bei den Thumbnails gut umsetzt, denn es handelt sich hierbei nicht nur um ein Screenshot aus dem Video, sondern um teils aufwendig bearbeitete Bilder. Ein Punkt, auf den er scheinbar selber sehr viel Wert legt, denn wenn man sich alle Videos auf seinem Kanal ansieht, erkennt man, dass alle Thumbnails aufwendig bearbeitet wurden. Einen Kritikpunkt hätte ich allerdings an dieser Stelle, der mir leider bei vielen großen YouTubern auffällt. Teilweise sind die Textelemente der Thumbnails verdeckt, weil der Timestamp des Videos darüber liegt und man kann da nur noch texten... 400.000 Spezi. Finde ich die war als grüßtisch. YouTuber als Renten oder Koffin. Alter, guck dir mal, die Like-Zahl... Ey, warte mal, das ist ja eine überkrasse Rate, aber ganz kurz. 400.000 Spezi. 100% 100% die Rate, das ist wirklich Wahnsinn. Die YouTuber als Renten oder Koffin da. Ich gehe mal wohlwollend davon aus, dass die Texte zum Lesen gedacht sind. Dann meine ich, sollte man sie auch lesen können nach dem Upload. Was mir bei CO jedoch schnell aufgefallen ist, dass er einen sehr hochwertigen Schnitt hat. Er hat eine Menge Einblendungen und Soundeffekte, womit er zumindest die Videos, die ich gesehen habe, nicht komplett überlebt, sondern deutlich aufwertet. Er hat aus meiner Sicht ein sehr authentisches und sympathisches Auftreten vor der Kamera und man merkt ihm die jahrelange Routine an. Auffällig ist auch, dass er seine Stimme sehr gut einsetzen kann, sodass man an seiner Stimmlage gut unterscheiden kann, wann er etwas bewusst übertreibt oder auch einfach mal ein ernstes Wörtchen mit euch redet. Er unterlegt seine Videos mit passender Musik, wodurch das Gesamtpaket schön abgerundet wird. Wirklich was Negatives habe ich hier auch gar nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Leider ist es ja bei vielen großen YouTubern wie Dagi Bean nicht mal unüblich, dass man ein Mikrofon rauschen hört oder dass die Videoqualität anliegt. Ey, das regt mich richtig auf, ne? Es gibt kleinere YouTuber, guckt euch mal Baku an. So, das ist ein kleinerer YouTuber, gut mittlerweile auch schon fast 10.000 Abonnenten, aber lass mal ohne den Push, lass es mal bei 1.000 Abonnenten jetzt sein. Das ist ein kleinerer YouTuber und der hat eine krasse Qualität, guckt euch das mal an. Und dann siehst du eine Bibi oder eine Dagi oder was weiß ich, wo das Mikrofon rauscht, wo die Bildqualität scheiße ist. Denke ich mir auch so, alter, ihr habt so viel Geld, ihr habt so viel den Zuschauern zu verdanken und ihr bietet denen nicht mal eine gute Qualität. Das wäre ich nicht verstehen. Warum nicht? Also warum nicht? Oder es gibt auch manche Streamer, ne? Die haben Asche ohne Ende, ne? Die bekommen durchs Stream so viel Geld und können sich nicht mal eine Kamera leisten, wo einfach mal das Bild geil aussieht. Es gibt auch wieder manche, genau wie Baku oder andere kleine Streamer, die krass viel Qualität reinstecken und dann halt nicht diesen großen Erfolg vielleicht haben, je nachdem. Also Baku hat ja jetzt mittlerweile Erfolg, aber ich würde jetzt sagen, es gab mal einen, da hat Monte auch mal drauf reagiert oder hat ihn da unterstützt. Da hat einer eine überkrasse Qualität, aber hatte halt kaum Zuschauer. Und da merkst du halt einfach, die geben halt noch was zurück. Aber manche, die scheißen halt komplett drauf. ...sich sehr schlecht ist, aber da kann man bei CEO wirklich lange suchen. Auf der Technikseite hat er also seine Hausaufgaben vorbildlich gemacht und kann deutlich größere Kanälen gut und gerne mal das Wasser reichen. Wie zu Beginn bereits angesprochen, hat CEO mehrere Formate auf seinem Kanal und aus diesem möchte ich kurz meinen unqualifizierten Senf abgeben. Ein Format, welches mir besonders angetan hat, ist tatsächlich sein How2Be-Format, wo er gezielt bekannte YouTuber auf eine lustige Art und Weise analysiert und markante Züge hervorhebt. Ich habe davon jetzt einige gesehen und habe direkt Lust auf weitere Folgen bekommen. Besonders gelungen fand ich die Knossi und Unge Folge, wobei die anderen nicht wirklich viel schlechter sind. Ganz interessiert war ich jedoch bei How2BeKuchenTV, da ich selber meinen Ursprung in seiner Community sehe und gespannt war auf die Umsetzung. Von dieser Folge war ich allerdings etwas enttäuscht, da man meiner Meinung nach viele lustige Punkte hätte anbringen können, wie zum Beispiel, dass man einen persönlichen Groll gegenüber Vodafone haben muss, wenn man KuchenTV sein will, oder dass man sich grundsätzlich erstmal die ABK-Army auf den Hals setzen muss. Das nächste Format, welches mir sehr positiv... Wobei man dazu sagen muss, jetzt... Also ich verstehe das bei Baku, dass er sagt, ja, bring doch das mit Vodafone rein. Aber vielleicht kennt CEO da angeht den Insider nicht. Wobei ja auch KuchenTV schon ein paar Videos zu Vodafone gemacht hat, aber vielleicht hat er das noch nicht so mitbekommen, dass es schon wie ein Insider ist von KuchenTV, weil er halt ja auch ständig irgendwie auf Instagram sich darüber abfuckt, keine Streams teilweise machen kann. Vielleicht wusste das ja CEO nicht und hat sich auch nicht diese Bruder von Videos angeguckt. Deswegen tue ich das irgendwie jetzt mal zugutehalten, aber das wäre schon ganz cool gewesen. Videos wie zum Beispiel extrem dumme Kommentare unter dem Unge und Leon Video. Gerade in diesem Video verpackt er Humor und seine eigene Meinung wirklich sehr gut. Er pickt sich dämlich formulierte Kommentare raus, die man jedoch kritisch betrachten sollte und sagt seinen Zuschauern, was er davon hält. Auf diese Weise trägt er dazu bei, dass zumindest der ein oder andere vielleicht mal über seine Kommentare unter den Videos nachdenkt, bevor er diese in die Tastatur hämmert. Ob es bei jedem Zuschauer fruchtet, sei mal dahingestellt, aber mehr als darauf hinweisen, kann man als Content Creator nicht wirklich machen. Das Ganze verpackt mit seinem Humor wird dann doch schon meiner Meinung nach sehr unterhaltsam. Einige Sketche und Intros, wie zum Beispiel das dumme Kommentare-Intro, finde ich persönlich etwas cringy, jedoch macht es für mich zumindest den Eindruck, dass das genauso beabsichtigt ist. Gut, ist jetzt nicht so mein Fall, allerdings muss man kann man nicht sagen, dass ich nicht mehr zur Hauptzielgruppe gehöre und etwas jüngere Zuschauer genau so etwas feiern. Generell muss ich sagen, dass CEO eine wirklich extrem gute Qualität hat. Ich kann mir vorstellen, dass gerade solche Videos eine Menge Kreativität erfordern, damit man die Videos langfristig auf einem hohen Level halten kann. Um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass man dafür ein gewisses Talent besitzen muss, weil einem irgendwann auch die Ideen ausgehen. Sieben Jahre lang komplett durchzuziehen, zeugt auch in meinen Augen dafür, dass man wirklich für YouTube brennt und genutzt. Das muss ich auch sagen, das finde ich bei CEO auch krass. Man sieht halt, der macht das mit Leidenschaft, der hat auch Bock drauf. Mondmann, grüß dich. Und seit sieben Jahren so ein Content zu liefern, ist echt nice. Man muss auch sagen, aufgrund dessen, dass der auch wirklich was auf dem Kasten hat und der auch gut schneiden kann, kann er sich natürlich auch viel kreativer ausleben, was halt einfach geil ist. Also er kann viel besser das visualisieren, was er sich vorstellt. Nichtsdestotrotz ist das eine Heidenarbeit für, sag ich mal, wenig. Genau das kommt meiner Meinung nach in den Videos wirklich sehr gut rüber. Gerade sowas findet man heutzutage eher selten auf YouTube, da vieles auf Profit ausgelegt ist und dabei Qualität bei vielen leider eher zweit, ja gut, vielleicht sogar drittrangig geworden ist. Ich muss echt sagen, dass mir vor allem die How2B-Folgen sehr gut gefallen haben und ich hier definitiv öfter reinschauen werde. Schade finde ich es allerdings, dass er aktuell nur 400.000 Abonnenten hat. In meinen Augen hätte er für diese Arbeit und für dieses Niveau deutlich mehr verdient. Ich kann nur sagen, wer generell Comedy... Ja, wobei du auch sagen musst, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, 400.000 Abonnenten ist doch trotzdem krass. Also 400.000 Abonnenten ist wirklich heftig für die Zielgruppe, die er anspricht und ich weiß auch nicht, für den Humor, ich bin ehrlich, ich hätte es mir auch damals nicht angeguckt. Ich mag Zeo, der ist mir sehr sympathisch und freundlich, sehr bodenständig, so null abgehoben oder sonst irgendwas. Aber für mich ist das kein Content, wo ich sage, damit wirst du halt krass viel Erfolg haben. Und dafür sind 400.000 Abonnenten zum Beispiel auch schon extrem viel. ...auf YouTube feiert, kann sich die Inhalte von Zeo echt gut geben und sollte da definitiv vorbeischauen. Hast du dir eine Zielgruppe festgelegt? Nö, also ich würde sagen, so die Leute, die halt Meinungsbox schauen, die können sich das geben. Ich habe da jetzt keine feste Zielgruppe. Also ich mache jetzt nicht hier irgendwelchen Content, der so bewusst für jüngere Leute ist oder für jüngere Kinder ist, bei denen der Humor halt noch ganz flach ist, wie das halt bei Zeo wahrscheinlich... ...schöne Grüße von mir ausrichten. Schlagt mir auch gerne weitere YouTuber vor, die ich eurer Meinung nach bewerten soll. Wir sehen uns in der Kommentarspalte. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der Spalte. Oh, das war stark. Ey, das war ja mal ein richtig smoother Abgang. Das war ein richtig smoother Abgang. Ich bin fast 20 und feiert den Humor von Zeo total. Naja gut, das ist halt dann immer Geschmackssache. Ich persönlich, also für mich wäre es gar nichts. Für dich bitte jetzt nicht angegriffen, sollte ich, äh, sollte das jetzt hier so komisch rüberkommen. Also先 fantastischen sagge. Smarer Garage gibt es sehr viele Dinge, Bis zum nächsten Mal. Vers하죠atu Bis zum nächsten Mal. initiatives salut bli земliche rufe.